Alles, was ihr finden könnt, wäre eine große Hilfe. Viel Glück. Wem sollte ich nochmal was klauen, ey? Bestimmt ihm hier, ne? Neu in Rifton? Dann hört auf meinen Rat. Geht ins Bienenstich. Die Harberge ist nichts für euch. Die trägt auf jeden Fall auch ein Dolch und ein Amulett. Sucht ihr etwas oder was ist los? Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Wunsch. Oh Gott. Also ich speichere mal, dann... Nein. Warte, mach ich das? Ach, wir haben uns jetzt so lange hier unterhalten. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ja. Ich bin bereit. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Steh mal. Steh mal dieses Ring. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Ich speichere mal. So, Schiebetür, Lehrling. Huch. Zack. Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Ach, Brinjolf. Was gibt es denn diesmal? Ach, komm. Geduld, Branschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich danke, dass ihr dabei seid. Wer sieht mich denn? Das habt ihr auch über die Irrlicht-Essenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßen. Was ist das? Fünf Kopfgeld hinzugefügt? Fick dich. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahres. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Nein, scheiße. Wir sind erwischt worden. So ein Kack. Frisches Fleisch und Gemüse greift zu, solange der Vorrat reicht. Ah, versteckt. Entdeckt, versteckt. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei. Das ist... ...gerade gar nicht so einfach, wie es aussieht, ey. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlicht-Essenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßende, mit wasservermischten Nirmwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte... Ah, was ist das? Versteckt, entdeckt, versteckt, entdeckt. So kann ich doch nicht arbeiten hier. Komm schon. Sprecht ihr von den Schneeelfen? So, versteckt. So, tck, 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 tck. So, platziere Madesis Ring bei. Bildscheiß, äh, scheiß hier, wer ist denn noch mal? Äh, Bekleidung, scheiß, wo ist das denn noch mal? Nadesis Ring, geben. Elender, die... Oh, stopp, hilf, hilf, hilf! Nein! Ah! Ich kann es nur euer Blut sehen! Ah! Das tut mir leid! Gescheitert! Scheiße! 25, ich wollte wieder einmal mehr. Nein, ich will hier nicht sein. Nein, nein, nein. Hä? Nein, nein, nein. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Ach, Brinjolf. Was gibt es denn diesem? So, klauen können wir den, aber wir können den den Dingens nicht unterschieben, so ohne weiteres. So. 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 Aber scheiße, ey, wenn wir den nicht bei dem platzieren können. So weit, so gut, so, das speichern wir jetzt erstmal. Kann ich irgendwie meine Schleiche-Fähigkeit verbessern? Mit einem Trank oder so. Heiltrank? Nee. Gift, Heiler, Heiltrank, Resistenz, Essenz des Fatums, Trank, unsichtbar. Ja, dann bin ich unsichtbar, aber das Problem ist, das hilft mir nicht bei Verstärker, Gesundheit, Zerstörung. Das hilft mir alles nicht bei Taschendiebstahl. Echte Gegenstand. Also, das kann ich jetzt einfach nur probieren. Das war's für heute. Kommt morgen wieder, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ha! Was soll's? Hm? Hat funktioniert. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Hier, bitte. Eure Bezahlung, wie versprochen. Danke. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Naja, so einfach war's dann auch nicht. 100 Gold, geht doch. Was ist denn da los? Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Ja, schauen wir doch mal. Die Bezahlung ist wirklich gut, aber ich weiß nicht. Auf keinen Fall, es war falsch, diese Dinge zu tun. Das schaffe ich. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Riftron. In einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Ja. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Da war ich schon. Die Fischerei von Riftron ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Tasche. Begonnen, geschäftliche Angelegenheiten. Was wollt ihr denn noch alles wissen? Nun gut, fragt. Finde Brünjolf. Kommt wieder, wenn ihr etwas mehr Rückgrat habt. Ach, der geht da hinten noch. Also los, Brunjai. Leert eure Taschen aus. Wir wissen, dass ihr ihn habt. Was soll ich haben? Wovon in aller Welt sprecht ihr? Stellt euch nicht blöder, als ihr seid. Ich sagte Taschen auswehren. Und zwar sofort. Ich sage euch, dass ich... Wartet mal. Wenn Riftron das Beste ist, was Himmelsrand zu bieten hat, dann kann ich mich ja gleich auf den Weg zurück nach Hause machen. Stimmt. Das gehört euch nicht. Ihr seid verhaftet, Brunjai. Das ist doch verrückt. Was braucht ihr? Ich habe diesen Ring in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Wenn ihr ein Bett sucht, dann sprecht mit Kerab. Wir können die Sache auf zwei Weisen erledigen. Ihr begleitet mich aufrecht zur Festung, oder ich schleife euren leblosen Körper dorthin. Eure Wahl. Aber ich... Nun gut. Spurkstücke, wie nur die legendären allegonischen Handwerker sie herstellen können. Ihr braucht etwas. Äh. Das ist ja schön, dass man auch sofort sieht, aber ich hoffe, wir können die eine Quest jetzt noch erledigen, falls wir irgendwas über seine Vergangenheit rausfinden. Ähm. Das sieht natürlich schon ein bisschen fies aus, ne? Gebt etwas Degesund, dann könnt ihr wieder gehen, sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht. Also, das heißt, ihr solltet im Normalfall da wieder sein. Lydia ist verschwunden. Ich kann es nicht ändern. Wir gucken noch einmal. Warte, 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 wo sind wir denn reingekommen? Da, oder da? Hup, 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 hup. Ähm. Wir gucken dann noch einmal vor den To... Was? Also, hier steht sie nicht. Nein, nein, beide Seiten geguckt. Dann gucke ich einmal hier draußen, ob sie da steht, beziehungsweise dann gucke ich einmal auf der anderen Seite. Je länger du die Kräfte-Taste gedrückt hältst, desto kraftvoller ist dein Schrei. Ach. Muss ich auch noch nicht. Ich dachte, es gibt nur Schrei. So, hier draußen steht... K-k-k-k-keine Lydia. Hast du Lydia gesehen? Nein. Ähm, da gucke ich einmal eben auf der anderen Seite, weil ich glaube, da gab es auch ein Tor raus. Manche glauben, dass Wärwölfe über die Arglosen herfallen, wenn die Nacht über Himmelsrand hereinbricht. Natürlich nicht. Die Wolfsgestalt ist leider ziemlich... Ich weiß nicht, wo ich die einsetzen soll, die ist bisher... Ich hätte auch vor allem gedacht, dass die erste Quest, die man macht, äh, als Wolf... Dass, also... Die erste Quest, nachdem man Wolf geworden ist... Ich größe euch. Dass man da, ähm, auch als Wolf die Quest macht, aber dem war ja noch nicht mal so. Magische Wände erschaffen eine Barriere, die allem Schaden zufüllt, was sich durch sie hindurch bewegt. Macht keinen Ärger, Ork. Ich bin ein liebevoller Ork. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn hier? Iverstadt, Helgen... Mal eben gucken, wo wir hier sind. Da geht's nach Iverstadt und Helgen? Häh? Hm. Na gut, also die scheint weg zu sein. Dann gucken wir einmal nochmal in den Weißlauf. Weil, weiß nicht, also ich fände das ein bisschen ärgerlich, wenn die jetzt wirklich komplett weg wäre. Also, wir verbringen jetzt schon bald eine Stunde damit, mit der Suche nach Lydia. Ist das nicht herrlich? Es liegt Frost in der Luft. So kann man das LP auch in die Länge ziehen. Also, das ist, also, falls mir das jetzt tatsächlich einer unterstellen sollte, das ist keine Absicht. Aber das ergibt sich nun mal so. Und dafür haben wir jetzt schon die ersten Diebesgildenaufträge und Weiß der Geier. Ha! Lydia! Ich bin euer Schwert und euer Schild. Sag mal, meine Kleine, wie geht's dir denn? Wie ist es dir denn entgangen? Okay, ja, sagst du auch nichts? Amulett von Akatosh. Elfenarm-Schild, Elfen-Schild. Erstmal alles wieder weg hier. Ach, egal. Ich bin da mal nicht so pingelig. Man, alles weg hier. Schade, dass sich die Truhen und sowas, dass das sich da nicht unterscheidet. Dravins Bogen. Questobjekte können nicht entfernt werden. Toll, das heißt, ich muss sieben Gewichte jetzt mit mir rumschlüren. Super Teil. Dravins Bogen. Ich wüsste aber nicht, wer Dravin ist. Orkischer Bogen. Orkischer Durchbehalten war noch. Pfeile behalten wir auch alle. Hä? Spitzsacke, Stahldorch, schmeißen wir auch mal weg. Vulkanglasbogen, den behalten wir. Wir wingen immer noch so viel. Nein, das geht schon wieder so beschissen los. Waffen haben wir sonst nichts. Bekleidung haben wir sonst nichts. Zaubertränke. Ja, da können wir wieder was wegpacken. Essen, ein bisschen Zutaten. Bücher. Uh, 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 sonstiges. Da können wir natürlich erstmal in... Die packe ich jetzt erstmal... Ach nee, da hatten wir Erze. Also packen wir hier sonstiges. Das packen wir. Die Barren behalten wir. Ja, das ist natürlich auch viel schöner mit dieser Anordnung. Dietriche, Edelsteine. Erz. 52 Eisenerze. Das ist natürlich kein Wunder, dass wir so schwer sind. 52 Erz. Da, wie es ja aber kloppt. Mein Gott. Da wundert sich noch einer, dass wir so viel wiegen. So, dann packen wir da noch mal rein. Oh Gott, wir haben so viel. Barren, 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 behalten wir den Fackel. Fellbär. Bärenfell. Färenfell. Packen wir mal da hin. Sammle 10 Beeren. Gold behalten wir. Horn behalten wir. Insekten lassen. Das ist unser Glücksdingens. Was ist das denn? Karte der Drachengräber. Nun gut. Krug kann weg. Leder. Nachbar halten wir. Seelenstein kann auch erstmal alle weg. Weg. Ablegen. Oh oh. Hä? Puh. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen die Befürchtung, dass das Spiel abgeschmiert war. So. Schnell, dass das alles noch in diese Folge passt. So. Seelenstein, Seelenstein. Wuck, wuck, wuck. Weg. Ja. 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 Alle weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Ja. Ungewöhnlicher Stein. Müssen wir behalten. So. Und jetzt. Wiegen wir natürlich schon wieder einen ganzen Arsch weniger. Damit können wir auch wieder raus. Moment. Einmal noch die Tränke. Das kriege ich noch in diese Folge. Das kriege ich noch in diese Folge. Zauertränke, 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 zauertränke. Zauertränke, zauertränke. Ich behalte mich. Ich behalte mich. Ausdauertrank brauchen wir nicht. Gift, Gift, heile, 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 heile. Magikertrank brauchen wir nicht. Resistenzen. Doch, die bald ich mache. Resistenzen. Spezialtrank. Unsichtbarkeit. Verstärker. Beschwörung. Einnämtlich. Gesundheit. Gesundheit, Zerstörung, so. Jetzt können wir weiter.